Mein Name ist Patrick Kula. Ich bin Inhaber des Steigerwurst in der Altstadt Recklinghausen. Ich bin stolz darauf, seit über zwei Jahren jeden Tag meine Kunden satt und glücklich zu machen. Mit meinem Rupport-Imbiss bin ich ein wichtiger Bestandteil der Altstadt Recklinghausens. Ich freue mich auf euren Besuch. Herzlich Willkommen zurück!